Musik Darf ich mir gestatten? Du kannst doch bis zum nächsten Tanz warten. Was soll ich machen? Es kommt so über mich. Trotzdem wartest du. Ich glaube, du hast lange nicht aus dem Fenster vom Kinderkrankenhaus gesehen. Ich will nicht, dass Martin so wird wie die anderen. Komm ja doch nicht schon wieder mit deiner Jammertur. Ich weiß, du liebst nicht. Aber ausziehen muss man sich trotzdem. Glaubst du, ein Skandal ist das, was mein Unternehmen noch gebrauchen kann? Beantworte gefälligst! In unserem Bekanntenkreis jeder betrügt jeden. Warum soll sie da gerade die Schlechteste sein? Weißt du, bist du so eine Frau für deine Kinder? Mann und Kinds kann man wechseln. Söhne leider nicht. Ich verstehe. Das ist eine ganz gemeine Lüge! Nee, Frau Lern, da spielen wir nicht mit. Bist du sicher? Daran zahlt man so einer wie dir die Abtreibung. An deiner Stelle wäre ich zu so einer wie ich ein bisschen netter. Du hast zu wählen. Wir oder sie. Ich habe gewählt. Ich dachte, du könntest mich verstehen. Einmal im Leben. Ich weiß nicht, wozu ich gut bin. Ich wollte lieber schlecht sein. Als gar nichts. Hilfe! 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 Untertitelung. BR 2018